was geht was geht ist hier auf das jubelviertel auf deutsch und auf englisch der onion quota ziemlich ziemlich hart gerade wenn man frisch 50 geworden ist er ist verschöpft mit sich hier dass wir wieder rausgehen wenn ich brauche es nicht so perfekt geheimnisse findet ihr natürlich auch wie immer in der beschreibung so wie champions und auch die schätze jetzt klar weiter geht es zuallererst lauft ihr den weg hoch um euch den boycon zu sichern der boss ist nicht gerade ohne mit diesen großen kürnissen die im weg stehen ich würde mich ja schon als jemand bezeichnen der gutes tier hat aber selbst nicht ich bin hier am struggle ja aber naja so sieht das dann aus wenn ihr eure bounties erfüllt habt und alles gekillt hat was auf dem plan stand habt ihr eine fette truhe mit dickem blut jetzt geht es weiter nach oben so champions hier schoss einmal hier so schoss einmal hier oh schoss einmal hier schoss einmal hier schoss einmal hier Und hier auch direkt ein kleines. Wie immer kommentiert das Video, abonniert falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich merke schon wieder, wie ich kaum Energie habe nach den 8 Videos. Puh!